Hey Freunde, alles locker groovy bei euch da draußen? Hier ist alles schnafftomatig. Leider fliegt ja ein bisschen das Blech weg, weil hier wieder Massenkarambolage ist. Unser GTA Online Let's Play wird auf jeden Fall keine Missionen-Let's Play. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Das wird nie passieren. Ich bin so easy drauf, jo. Wisst ihr, was geil ist? Ich bin direkt überfahren worden zum Beginn dieser Folge. Cool, hei, Frau. Da kommen wir mal rüber. Guck mal, ich stehe hier. Wir sind die coolen mit dem Hippie-Bussen hier. Der mit dem Heisenberg. Heisenberg. Und da hast du auch noch deinen kleinen Crystal-Mass-Kocher-Currywurst auf dem Dach. Und natürlich der Tobi-Nator, die Bitch von GTA 5. Ey, das ist echt, das ist so ein Hin zu Breaking Bad ohne Scheiß. Das stimmt auch. Der Tobi-Nator? Ja, der Tobi-Nator. Der Tobi ist Breaking Bad. Aber Tobi, dein Hippie-Truck ist ein bisschen demoliert? Ja, ein bisschen. Aber nur minimal. Meinst du, weil dein Bett durchgebrochen ist oder was? Breaking Bad-Achzen. Du musst aber mal sagen, wir sind viel zu viel in Blaine County unterwegs. Warum hab ich jetzt Kopf am Arsch? Nur wegen dem Scheiß-City-Bus oder was? So, wer will mitfahren? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wonk, steig ein jetzt. Hopp. Ich bin immer dafür, dass wir uns auf dem Weg... Hier, 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 wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, Alter, mit dem Bus? Ja, Alter. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier oben auf dem Dach, Mann. Aber ich glaube, wir haben nicht aus Versehen überfahren. Nee, wir haben auch auf dem Dach. Oh, nicht mehr. Wo fahren wir denn hin? Fahr mal Richtung Los Santos. Ja, aber wir sollten erst mal die Bullen abhängen mit dieser Karre. Wir fahren heute im Bus der freien Liebe. Alter, das war nicht mein Kopf. Doch, das war ein Kopf, der ein Auto war. Oh, Tobi! Alter. Tobi, ich fummle ein bisschen bei dir, okay? Tobi, du bist viel zu schnell. Ach ja, eben, der Sammau. Das ist zu schnell. Ich glaube, wir sind nicht zu schnell. Oh, mein Gott. Fahr mal rechts ran. Das ist eine gute Idee, mit so einem alten VB-Bus zu flüchten. Ja, ist doch super, Alter. Da kommen sie angefallen. Ja, ja. Ey, bleib mal locker kommen. Voll easy going, bitches. Fliege leise, Alter. Boah, guck mal, wie die fahren da hin. Was, ey, das ist ja eine Zubo-Tum. Oh, Mann, noch ein Köppchen, ey. Zu gespeiten, Alter. Ach so, hör mal, wie macht ihr da? Voll der Gangbanger-Bus dahin binden, Alter. Der Bang-Bus. Okay. Der Swingertours. Alter. Warte, wir müssen mal irgendwie querfeldein, jetzt gehen wir die Cops nicht los. Ich fahr mal querfeldein, übrigens. Und wir fahren mit dem Bus mal in den Wald. Ja, geil. Das war, äh, ja, warum auch nicht. Wo seid ihr denn, Alter? Was macht ihr, ey? Wir sind sehr, aber nicht querfeldein gefahren. Ja, ui. Oh, das ist mehr. Warte, ich unterlege das mit Geräuschen. Brrm, brrm. Brrm, brrm. Brrm, brrm, brrm. Oh, guck, 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 GTA 5. Brrm, brrm. Ey, das war super, Alter. Wir sind die Cops hier los. Das stimmt. Hier ist voll der schöne Strand. Ja, geil, wir haben Surfbred obendrauf. Ja, wir sind auch Hippie, wir sind Surfer jetzt. Cool, ja, ist viel cooler als das. Oh, ja, Tobi, das war sehr elegant. Ja, Currywurst ist mein Nachwundergerutsch. Das ist auch mit das Geilste. Hier, weiter geht's, komm. Zack, gib Stoff. Boah, ich weiß noch, wenn ich mit dem Gwang mal 5 Stunden Wellenreiten war und wir die kompletten Körper zerkratzt hatten. War aber cool. Und die bei der Massage uns nachher gefragt haben, ob wir Muay Thai-Kämpfer sind. Das stimmt wirklich. Und die Hose war voller Sand. Die war richtig so voller Sand, dass die quasi, dass die Hose ausgezogen hat. Also das sehr gut aus den Boxershorts. Ja, da hast du auch in der Dusche noch was von gehabt. Da hast du den Strand mit nach Hause genommen. Okay, Jungs, was machen wir? Warte, ich komme erst mal zu euch. Ich komme erst mal zu euch. Was, Tashi? Das konnte ich doch noch nicht. Es ist jetzt ein bisschen... Was? Hallo? Eine Meerjungfrau, das ist ja allerhand. Ich bin ja mal dafür, dass wir jetzt zur Stadt wieder fahren, oder? Wäre eine gute Idee, oder? Die Cops los, da können wir zur Stadt fahren. Wie viel passt denn in den Lucky Bus rein? Ach, guck mal, der will richtig surfen hier, der Currywurst. Sieht so aus. Auf unserem Bus kann man natürlich übelst surfen. Geht aber nicht. Ich glaube, der fällt runter, oder? Fahr mal langsam. Übelst. Oh, die Ebene war zu hart. Oh, hier kommt schon wieder ein Helicopter. Hatte wir einen Timer eingebaut zufällig gerade? Da kommt die. Wie? Ach, guck mal, der schleppt da gerade einen ab. Der schleppt ein Auto ab. Ach was? Wo? Der schleppt mein Auto ab. Was? Bei mir nicht. Das ist mein Fahrzeug, wie geil ist das denn bitte? Ach krass, hat den ja gebracht oder was? Wie geil ist dieser Scheiß? Naja, bisschen demoliert, aber sonst? Alter, kommst der rein, kommst der rein. Der hat sich jetzt hier beim VW-Bus an Steuer gesetzt. Alter, jetzt hängt der Currywurst da drin. Alter! Oh geil, der Nissen wurde vom Militärschrank. Der Currywurst erledigt, warum hab ich den Currywurst erledigt? Hä? Was ist da passiert gerade? Da ist ein Heli auf dich drauf gefallen. Ja, das passiert doch sonst zu dem Tobi. Genau, das soll so geil aus sein. Ja, jetzt lasst er am Strand, das ist ja normal. Dann lass mal Gas gehen, komm wir hauen mal zur Stadt ab jetzt hier. Ne, warte, erst mal den Erik einsammeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese GTA Online Sessions mit euch, die kosten mich immer so viel Kohle in GTA Online. Ich dachte, Nerven, dann ist er okay. Ja, Nerven, ja. Nee, das ist GTA Online, das hat mich ihr. Oh, ich fahr hier gerade wieder komisch. Guck mal, der Starshipilbrot war aber auch ein geilen Wagen, oder? Wo seid ihr denn? Ich komm mal zu euch gerade. Bringt der mir mein Auto. Alter, danke schön. Kann ich nur noch mal betonen. Fahr mich nicht tot, fahr mich nicht tot. Das ist echt definitiv dein, so dass es ein Cloud ist. Das ist meins, das ist mein Fahrzeug. Ich hab das auch gesehen, der hat mir mein Fahrzeug gebracht. Alles geil, super coole Nummer. Okay, komm Tobi, die andere stauscht jetzt Richtung Los Santos, bitte. Ach, guck mal, die Pandoria. Setz mal einen Wegpunkt, bitte. Hier ist zu uns vorbeigekommen. Ach, cool. Okay, ich setz mal einen Wegpunkt. Warte mal. Warte, wir haben immer voll den Pulk an Spielern, das ist total geil eigentlich. Sommal, könnt ihr nicht fahren? Nein, wir parken hier. Mann, ey. Kann ich nämlich keinen Wegpunkt setzen, Tobi. Was? Kann ich nämlich keinen Wegpunkt setzen. So, ich sag jetzt mal. Dann hab ich glaube ich schon einen, warte mal. Oh, geil. Geil. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein vernünftiges Auto, Alter. Da war Ameisen schon wieder gerade, übrigens. Ey, da warte, da haben wir noch ein Recher. Ja, Ameisenwichser, Marc. Der hat sich ja entschuldigt, aber da hat er uns wieder angekommen. Ja, entschuldigt? Das ist ja, da ist er. Wir können natürlich auch rein theoretisch alle in den Heli einsteigen und er fliegt uns dann zur Stadt. Warte, der lebt noch, warte, halt mal an. Ja, sehr gut. Der lebt nicht mehr. Yeah. So, die Rechnung. Schnell weg, schnell weg. Oh, jetzt hab ich die Kopf am Arsch. Na, einen Stern, den kriegen wir los. Okay, ich gebe einfach Gas. Ein Abricht in Los Santos. Ja, ja. Okay, fahrt uns einfach hinterher, wir sind bestimmt schneller als ihr. So, da oben ist der Heli, aber der macht nicht Jagd auf uns. Ich hab das beste Geländefahrzeug hier. Überhaupt, ne? Boah, ist echt so geil, dass er mir mein Auto gebrannt hat. Das ist der Hammer. Wir fahren mal am Strand entlang, mal gucken, wie weit es da geht überhaupt. Ja, wir sind dann jetzt tagelang unterwegs. Guck, ich möchte jetzt ein bisschen über die Natur was erzählen. Du alter Förster. Ja, finde ich voll super so. Oh, ich glaube, das war's. Pass auf, dass dein Wagen nicht zerstörst. Ja, pass auf, fahr nicht zu tief rein, das kostet 1000 Dollar. Oh. Den wieder herstellen zu lassen. Äh, was steht denn da wieder hier? Guck mal hier, Tobi. Hast du gesehen? Ja, ja, klar. Bist die Karre abgesoffen, oder was? Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Geil. Wollt ihr bei uns mitsurfen? Ey, eigentlich bin ich voll gut, gut gefahren, Mann. Das ist schön hier drin eigentlich im Wagen. Ja, ey, das sieht super aus, wie du da hinkommst. Ja, einfach mal. Wollt ihr bei uns mitsurfen? Wollt ihr mitkommen? Ja, vielleicht, wir müssen aber irgendwie da hinkommen, das ist gar nicht so leichter hier. Wir müssen irgendwie den Berg holen. Hä, Alter, hier sind wir halt Klippe. Oh, nö. Warte, ich ruf mal bei Musial an, vielleicht liefern die uns das Auto direkt hin. Wieso habe ich jetzt einen Stern? Weiß ich aber auch nicht. Wieso habe ich um Gottes Willen einen Stern? Ich habe gerade überhaupt nichts gemacht. Komm, 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 unser Fluchtfahrzeug steht bereit. Moment, ich muss jetzt telefonieren. Du musst es in der Stadt abholen, das Auto. Das steht vor der Fluchtstimmung. Das ist jetzt erstmal die Prämie. Aber da habe ich die Karre wenigstens wieder. Ach, bestimmt, weil ich beim Waller auf dem Fahrersitz gerutscht bin, habe ich einen Stern gekriegt, weil die Bullen da in der Nähe waren. So ein Bullshit. Das sitzt auch einfach auf meinem Fahrersitz. Ich warte gar keine Koks. Ja, war es vorgewärmt. Was machen wir gerade, Tobi? Warten wir auf die? Ja, ich glaube, oder? Alter, du hast mein zerstörtes Auto geklaut, hast du da was? Ja, ja, genau. Das ist total sinnlos. Einfach mega sinnlos. Aber hey, 100 RPS habe ich gerade bekommen. Ja, ich auch. Warum auch immer. Ein Stern verloren. Das ist das romantische Haus, wo ich in der letzten Folge... Ach, wo du Tobi entjungfert hast. Ja. Also nicht Tobi, aber Tobis Charakter, die Chantal. Ja, ja. Also Tobi würde ich... Tut mir leid, Tobi. Hast du seinen Charakter zerstört? Hey, da ist der Playmassive. So, kommt mal hier drauf, Jungs. Kommt mal hier drauf. Der Chantal. Doch, versucht der Playmassive die Treppe hochzugehen. Wo komme ich denn hier oben? Ich bin außen rumgeschwommen. Die stehen da irgendwo, Tobi. Wir kommen da gerade zum Treppchen hoch. Pass auf, dass Ameisen nicht da ist wieder. Ne, ne, der ist nicht da. Guck mal, der macht ein Selfie von sich oben auf den Wagen, Alter. Wie ein geiles Rasschen. Der Schwänger hat bestimmt gerade seine Mutter. Warte, was ist denn hier los? Ja, spring drauf, komm. Alle drauf hier. Auf dem Lauf-Van. Ameisen wirft wieder Bomben irgendwo. Wo ist denn Playmassive? Ich hänge fest. Ich hänge sehr fest. Seid ihr denn... Seid ihr alle oben drauf? Nein. Ne, ja, ja, ja. Also, ne, Walle, Walle fehlt noch. Wartet auf mich. Walle, Walle, Walle fehlt noch. Oh, pass auf, da unten, da unten. Oh, ich komme nicht mehr drauf jetzt. Wer schießt hier? Oh nein. Das war der Bilbo aus Versehen. Wer ist das? Der Ameisen. Da kommt wieder Ameisen. Was machst du da, Alter? Vorsicht, der Ameisen. Der wird besprochen. Guck mal, guck mal unten auf dem Radar, wie sich das Icon immer bewegt. Siehst du das? Hey, das ist so eine behinderte Stelle einfach jetzt hier. Der Ameisen schnappt sich gerade eine Kalle. Ich habe es gerade eben geschafft und dann hänge ich in der Dingsna. Alter, ich kriege einen Affen. Sehr schön. Hast du... Bist du oben? Nö. Ich? Wieso? Ich gehe mal ganz kurz gucken, was der macht. Hä, wofür kann ich jetzt keine... Passivmodus? Achso, das dauert aber ein bisschen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was der macht. Tobi, bleib mal... Komm mal zurück, Tobi, mit dem... Ich will jemanden umfahren. Ja, ich habe es geschafft. Alter! Und jetzt komme ich hier unten hoffentlich lang. Endlich, sorry, Freunde. Pass auf die... Was hast du denn da gemacht? Ich war eigentlich auf so einem Felsen... Achtung, Achtung, Eric, Ameisen von hinten. Ja, 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 ja. Ameisen von hinten. Ja, also... Alter, das gibt es doch gar nicht, der Wichser. Ne, 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 die Mikro-Uzi, wo ist der Pferd? Ey, das kann doch nicht sein. Ey, der Typ, der kotzt mich so an. Wer ist denn... Dieser perfekte Waldförster-Ficker, ey. Boah, ne, dieser Ameisen-Huren-Sohn. Ich wollte es schon immer mal sagen. So, jetzt habe ich es gesagt. Ey, der arme Ameisen, Alter, der hat doch nicht Spaß. Ne, Alter, der ist nicht arm, der ist ein Spastiker. Wo ist der Ameisen? Der ist beidseitig gehirngelebt. Der ist beidseitig gehirngelebt. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Warte mal, warte mal. Der schleicht sich immer von hinten an, wie so eine kleine Crack-Hure. Das ist ein Traum, Alter. Fühlt sich aufrecht, ey. Ich mag den nicht. So, einer fehlt noch. So, ich muss... Ach, guck mal, der Sagazer sitzt bei uns in dem Wagen drin. Oh, geil. Da, die Küche ist schon am Bodeln. Warum habe ich jetzt einen Stern? Ja, das frage ich mich auch gerade. Weil du da scharf bist. Weil der Wagen vor fünf Folgen geklaut wurde. So. Wagen ist vor allem gut. Ähm, das geht ziemlich schnell hier hoch gerade. Das ist unfassbar. Ich häng ja an der Straße rum irgendwo. Ich komme, ich komme. Ich habe jetzt zwei Polizeisterne. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Warte, was soll ich schieben? Ich werde getroffen gerade. Wo ist denn die Ameise wieder? Warte mal. Der schiebt tatsächlich. Der Sargent schiebt uns hier hoch. Ist das geil, ey. Die Ameise, Alter. Ich bin tot. Ach, nein. Alter, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Oh, no. Du Dreckfuck. Wo ist denn die A... Alter, ich hab's nicht, du Bulle. Bei dem Wohnwagen, wo wir gerade waren. Tobi Natho ist gestorben. Und vor allen Dingen, wie kann ich den markieren mal? Ey, so ein Einzeltypen auszumachen ist ja echt schwierig. Hallo. Du musst da einfach... Geh mal, geh mal. Du musst du... Du musst du hervorheben. Nimmst du mich mit? Wie kann ich... Wie geil... Wie geil der weggenatzt wurde, ey. Wie geil das aussah. So, nimmst du mich mit? Wie kann ich den denn hervorheben? Ach, ey, nein. Du musst Select gedrückt halten. Ja. Und dann den Spieler hervorheben. Jetzt, jetzt hol ich mir den. Es reicht mir, Leute. Es reicht mir. Wie geil der einfach weggeklatscht wurde, ey. Wie geil das aussah. Spieler hervorheben. Nimm mich mit, nimm mich mit. Ey, ich wollt per Anhalter fahren. Erstes Mal im Leben. Wo soll ich denn? Ich tu mir den. Jetzt tut euch mal bitte alle Ameise hervorheben. Bitte. So, Ameise ist hervorgehoben. Lass den uns jetzt mal Penetrant wegballern hier. Die ganze Zeit. Bist der mal... Ey. Boah, das ist voll gemein. Welche Markierung hat denn der jetzt? Ne, ist überhaupt nicht gemein, Alter. Ganz ehrlich, der Typ ist einfach eine Seuche. Blau ist er da. Das hat seine Mutter mir auch schon bestätigt. Wie heißt sie denn? Ey, soll ich den mal schnell in unsere Gilde einladen? Waltraut. Ey, wie kann ich den denn anzeigen lassen? Sorry, ich hab nicht aufgepasst mal wieder. Ich seh grad auch nicht... Ich seh grad nix hervorgehobenes. Er ist blau auf dem Radar, normal. Warte mal, wie kann ich das machen? Ich kann eine Freundschaftsanfrage, ich kann eine Freundschaftsanfrage rauswerfen, melden, empfehlen oder Spielerkarte zeigen oder Spielerbeurteilung. Wo ist der denn, Leute? Mir hat natürlich keiner zu. Das musst du über Select machen. Über das Select-Menü. Da kannst du Spieler hervorgehen. Tobi, wo ist der Typ? Ich such ihn auch gerade. Ich frag mich das auch gerade. Da oben? Das ist der da hinten, der da steht. Ne, das ist der Bilbo, oder? Da, hinten auf dem Berg. Ist er aber, der ist bei mir nicht hervorgehoben. Ich hab ihn. Super, warum ist der denn nicht hervorgehoben? Das versteh ich auch nicht. Ich bin tot. Warte mal. Wieso bin ich tot? Weil wegen Polizei... Weil du den... Hä? Spieler hervorheben? Ist wieder an... Ist wieder aus. Ja, bei mir auch. Ich glaub, wenn der stirbt, ist das immer deaktiviert dann, glaub ich. Hä, das ist doch beschissen. Ne, glaub ich nicht. Ne, Tobi, du bist ja auch immer angezeigt. Das muss doch möglich sein, das muss doch möglich sein, hier jemanden so lange wegzukillen, bis der GTA Online aufhört. Das ist doch einfach ein gutes Recht. Wir könnten auch einfach auf Rauswurf klicken. Nein, das ist doch... Warte mal, ich glaub, er kommt wieder, Leute. Ich glaub, er kommt wieder. Das macht doch mehr Spaß, wenn wir ihn jetzt killen. So, sorry, Leute. Ich bin jetzt auch mal wieder unterwegs. Sorry, war voll die schnöselige Runde gerade. Tobi ist bei mir komischerweise blau, nicht rot. Alter, was ist denn hier los? Habt ihr kein Zuhause? Ja, der Kumpel ist blau, Alter, weil der zu viel gesoffen hat. Alter, EGS hat mich umgebracht. Was war das denn jetzt? Was geht mit EGS-Metal? Der ist doch sonst nett eigentlich. Oder? Was ist so mit den Leuten los? Man weiß das nicht. Wo sind denn die... Wo ist... Ach, komm. Wisst ihr, warte, komm, wir hauen mal ab zur Stadt jetzt. Steig mal... Aua! Steig mal hier ein, Tobi, komm. Wir hauen mal ab jetzt. Alter, irgendwie werde ich angegriffen. Ich weiß nicht, von wem. Was? Meine aktuelle Waffe hat kaum noch Munition. Ich komm mal hier rein. Wo denn? In den Weißen, in den Weißen. Hier, hier, neben dir. Ach da. Alter, Ameisen, woher kam der? Ja, Alter, der Typ ist so ein Sneaker-Wichser. Ey, ich muss... Wo seid ihr denn bitte? Ah, gut, ey, der hat auch noch ein Gut, muss ich sagen. Wie ein Gut? Der hat gar nichts mehr Gut. Also... Im Leben. Ich hab ihn dreimal gekillt, er mich zweimal. Der schleicht sich aber immer so an. Wieso steht der Typ da auf der Straße? Der hat irgendeine Sniper oder was auch immer. Eine gute Wumme auf jeden Fall. Ich hab eigentlich auch eine nette Wumme, aber leider kaum noch Munition dafür. Jungs, wo seid ihr denn wieder unterwegs? Ich wollte euch abholen. Da, wo du nicht bist. Bitte was? Bitte was, mal hart! Nee, Spaß. Ist okay? Serenzo, ist okay? Alter, träg dich mal ab, ja? Nee, wenn du Krieg kommen willst, komm her. Alter, du kleiner Ficker, du bist voll der Kackbohnen, ja? Ja, du bist voll die Ameise. Geh nach Hause. Ja, was hat ihr denn für Zecken, Alter? Oh Mann! Ey, ich komm hier nicht mehr weg, Tobi. Wo ist der, wer ist denn da hier? Wer ist denn der, ja? Playmassive, komm mal rein. Ich würde gerne mit reinsteigen, aber da kamen so viele Polizisten. Komm rein, komm rein, sein Mann, komm rein da. Ach, schön. Der rückt sogar zur Seite. Jetzt brauchen wir nur noch den, den hier. Oh, jetzt hab ich den Kopf am Arsch. Oh, da hinten fliegt ein Auto? Was hier los ist? Da müssen wir, da müssen wir bei einem unserem, ah ne, der ist ausgestiegen, cool. Ah ne, der ist drinnen noch. Hier, der ist auch ausgestiegen. Jetzt holen wir den Gregor noch, Leute. Ja, den holen wir noch ab, ja. Ja, ich hätte auch zu euch kommen können, auf der anderen Seite. Das gefällt mir. Huaha, ich fahre doch richtig gut hier, ne? Guck mal, der Pisswasser, LKW, der habt ihr gesehen. Das ist ja wohl, hier. Hier war dann immer, komm, hier, Gron, wo rennst du hin? Ach so, Entschuldigung, da kann ich mal noch. Er schießt jemand auf uns, komm. Ah nein! Ich wollte, ich wollte mal einfach einen Wechsel, komm schnell, schnell, das schießt jemand. Ja, ja, ich weiß, bestimmt wieder Ameisen. Fahr einfach. Ach, hol! Der Tobi ist doch am Leben hier. Ja, ja, ich dachte, ich habe noch ein ganz kleines Strich im Leben unten. Oh cool, du siehst sehr wendig aus. Die Karre sieht super aus. Alter, wie geil sieht das denn aus? Das war gerade so eine Hammerperspektive hier von vorne. Über cool. Ich habe gerade den Dennis hatte ich gerade sehr cool vorne im Bild. Ne, in dieser Cinematic Mode ist einfach der Shit. Okay, warte mal, wir versuchen mal die Pots loszuwerden. Ach, die Ameise wieder. Warte mal. Warte mal. Ach, das gibt es doch nicht. Wo bist du denn jetzt, Sarazar? Ey, ich sitze in dein Auto. Ne, warte mal, hä? Äh, lebt ihr noch alle? Ja, wir sind alle drinnen. Okay, ich sag dir gerade einer, wenn ich runterfahre. Das ist mal ein Sicherheit, Alter. Das ist weg. Genau. In Sicherheit wollt ihr? Ja. Oh, es regnet und wir haben keine Reifen mehr. Ich bin auch dringend Muni. Oh, Alter, diesen Wagen zu fahren ist wie... Lass uns in diesem Container verstecken, Jungs. Es fehlt keinem auf. Wir springen einfach schnell rein. Boah, es geht gar nicht mit dem Wagen. Guck dir den mal an. Wir sind einfach schon tot. Darf ich die Polizisten nicht erschießen jetzt, ne? Ne, sind aber drei Sterne, da kommt der Heli. Okay, ey, da vorne, wir fahren zu dem Sägewerk einfach. So, da kann man sich sehr gut verstecken im Sägewerk. Schön, schön. Das müssen wir nur mit dem Polizeimagen da hinten loswerden. Alter, man kann über alles reden, Freund! Da, da, warte, ich fahre den Tunnel da rein. Ja, mach mal. Wir vermischen uns nie, wenn sie uns reinfahren. Rutsch runter, also... Geil! Wir schaffen's! Da, vorne ist der Tunnel! Ja, Alter, es geht! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Oh, Mann! Okay, wir bleiben mal hier stehen kurz. Ja, Alter, es funktioniert. Meinst du, die finden uns hier nicht? Die haben uns reinfahren sehen. Doch, den Tunnel haben wir schon mal. Doch, ist schon wieder rum. Die haben uns schon gesehen. Ja, und da wurden wir auch erwischt. Das war bei GTA 5, glaube ich, ne? In unserem normalen Sägewerk. Ne, das war auch in Online. Das war auch in Online, genau. Ich weiß es schon gar nicht mehr zu vertreten. Oh, das wird nix. Ich glaube, wir sollten aussteigen. Nein, nein! Gib nicht auf! Ich steige, glaube ich, besser aus. Ich auch. Ich bin mal raus. Ich auch. So, komm, lass es erstmal... Alter, von den Hügel runtergestürzt. Oh, hier kommt der Heli wieder mit dem Auto. Oh, nein, jetzt wird's eng. Wir haben zwei... Ey, ey, der rettet uns den Arsch. Der rettet uns den Arsch. Davon ist noch ne Brücke. Davon ist noch ne Brücke. Der rettet uns den Arsch, Alter. Nimm mal den... Komm, hier. Das ist der supercoole Typ, Alter. Der ist einfach ein Hammer. Sehr geile Idee. Schnell, 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 komm rein! Nein, ich will nicht in Weißen. Alter, hör auf! Oh, nein! Schreibt doch ein, Jungs! Wir sind auf Geflucht. Jetzt schreibt doch einfach ein, Mann! Jetzt sind wir drin! Okay, fahr! Gib Gas, Tobi! Mach doch was! Ich bin tot, ich bin tot. Walle wurde erschossen. Tobi auch. Alter, wir sind hier noch im Wagen. Wer fährt eigentlich? Ich weiß jetzt nicht. Tobi, du bist doch gefahren. Tobi ist tot. Wir müssen laufen, laufen! Renn um dein Leben, Alter! Renn um dein Leben! Ich fahr... Renn um dein Leben! Und er rennt in den Wald rein. Ich will aber nicht mit euch in Verbindung gesetzt werden. Nee, da ist Currywurst, der versteckt sich. Ich muss weiterlaufen. Wow, Heideltraut, Vorsicht! Oh, komm, wir springen einfach wieder rein. Er rennt einfach draußen. Kommt rein, Jungs, kommt rein hier! Okay, ich bin drin. Komm, dass du gut bist. 616, Alter, steig ein! Was machst du denn da? Komm nicht rein. Jetzt bist du drin, okay. Ist der Tobi auch drin? Ich kann da nicht einsteigen. Ich komm da nicht rein. Versuch mal. Die Tür, Alter, die Tür. Wir müssen jetzt nicht aufkriegen. Fahr! Fahr! Komm, Tobi, komm rein! Jetzt fahr zu! Ich versuch es! Fahr zurück, Alter, zurück! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Wir packen, wir packen es, Leute, wir packen es. Keine Sorge. Alter, wir haben so Hilfe bekommen von den lieben Freunden, die hier mit uns unterwegs sind. Alter, woher fährst du denn? Woher hin? Guck mal, er fällt ein! Wir haben so Hilfe bekommen. Komm, erst mal in den Selbstmord fahren. Der Polizist. Okay, das gab der Lupa. Jetzt aber, komm. Jetzt, jetzt. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Bleib mal alle easy hier, alle drinbleiben. Ah, du willst in den Tunnel fahren, wo der Zug gleich kommt? Dann kommt der wirklich. Da ist der Zug übrigens schon. Jetzt auf den Zug springt. Genau, wir flüchten auf dem Zug mit dem Auto. Boah, wie geil. Das ist die beste Idee. Okay, warte. Was kann man theoretisch machen, wenn man davon in die Bucke springt? Oh, oh. Nee, komm, lass erst mal. Lass auf den nächsten. Nee, komm, fahr rein. Rein da, in den Tunnel. Fahr rein, nennen wir Sterne an alle gemeinsam. Ich werde ja nass hier. Hey, das ist Currywurst. Du kannst die Currywurst erfahren. Alter. Entschuldigung. Entschuldigung, Currywurst. Nein, da ist ein Zug. Ist doch egal. Komm, wir stellen uns auf die Gleise. Komm, wir stellen uns auf die Gleise. Boah. Okay, ganz ruhig. Ich mach mit der Karre auf die Gleise. Komm. Mach es. Steig mal aus. Steig mal aus. Nee, mit der Karre auf die Gleise stellen. Stell dich mit der Karre auf die Gleise. Ja, ich mach das. Ich wollte alle, dass wir alle auf den Zug spielen. Ja, ist okay. Einfach, jetzt einfach hinstellen. Ich bleib hier einfach sitzen im Wagen. Ich mach mit. Oh, uns dürfte ja eigentlich nichts passieren erst mal. Wo kommt denn da ein Zug? Ich weiß nicht, der steht da hinten irgendwie. Oh, die Sterne haben wir verloren. Das ist schon ganz gut. Aber das ist eine coole Aktion, finde ich. Wenn der XX616-Player das auch noch macht, wäre der Hammer. Ich, ich, ah, nee. Pass auf, ich erkläre ich jetzt was. Ich stelle, ich stelle dir auch da gleich ein. Ich stelle dir gleich was, wenn der Zug kommt. Der wird ja nicht böse sein, oder? Nee. Hier, guck mal. So. Wenn der Zug gleich kommt, dann springt auf die flachen Anhänger. Auf die flachen Anhänger springen. Jungs, da werdet ihr niemals überlegen. Achso, na gut. Das werden wir niemals schaffen, meinst du? Da kommt überhaupt kein Zug. Ja, du musst richtig machen. Da kommt auch gleich noch ein Zug. Da kommt auch gleich noch ein Zug. Gleich, gleich hört ihr den Getröte und dann kommt der. Abfahrt in 15 Minuten. Vielleicht sollten wir uns strategisch besser vor die Autos stellen, bevor wir die gleich um die Ohren kriegen. Nee, ich will ja sehen, wie die wegflattern. Hier hin, hier hin. Ja, aber da bist du gleich tot dann. Hätten wir die Autos nicht besser an die Seite gestellt, dass wir von den Autos auf da hoch hüppen können? Ja, ja, genau. Achso, ihr wollt da hoch hüppen? Ich dachte, wir wollen volle Möhre mit einem Meer. Nein, auf das, auf die, äh, auf den Zug. Nein, das schaffen wir nicht. Doch, doch, das geht, das geht. Pass auf, ich erkläre, hört mal zu. Wenn der, wenn der flache Container kommt. Ah, deswegen hat der, hat der Player den auch so an die Seite gestellt. Wenn der flache Container kommt, dann müsst ihr drausspringen. Äh, der Anhänger, der flache Anhänger. Hört mir zu, der flache Anhänger. Ja, flach. Magst du magst flache Anhänger. Ja, ich mag, guck mal hier Tobi. Oh, Tobi. Also ausnahmsweise. Der zukommt, der zukommt. Der zukommt. Geht zur Seite, geht zur Seite, geht zur Seite. Die flachen Anhänger, die flachen Anhänger. Ich betone es doch mal. Oh mein Gott. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Ich habe gar keine Worte, wenn das schief gehen wird. Vor allem steht eure Oma beschissen. Oh mein Gott. Geht zur Seite. Currywurst, tu es nicht. Ein Traum. Die Perspektive ist ein Traum. Oh oh. Tobi. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Geil. Hey, Currywurst hat eine Messe verletzt, ich stand da gerade. Alter, ich bin vor dem anderen Auto mitgerissen worden. Das hat mein Auto umgenockt. Keiner ist auf den Zug gekommen. Wo bin ich denn? Was macht ihr so? Wir probieren doch viel. Ich habe schon wieder Polizeiserie. Hey, da ist Currywurst. Da ist Ameisen 23. Ein Tipp, hier sind überall Cops, ne? Ich will lieber nicht schießen. Okay, ich gebe alles zurück. Oh, ich habe einer Currywurst abgeballert. Du hast den abgeballert. Oh. Ne, Ameisen habe ich erledigt. Currywurst habe ich aber auch beinahe abgeballert. Hä, wer hat mich denn jetzt erledigt? Ein Bulle? Oh, warte, hier hast du ein Bulle. Scheiße. Ich habe gerade einen Bullen erledigt und drei Sterne. Ich habe noch einen Bullen erledigt. Scheiße, Bullen. In-game natürlich nur. Ich weiß mit Currywurst, der bringt mich in Sicherheit. Ich konnte nicht in die Karre steigen. Ah, es war zum Koffer. Verfickt am Scheißdreck. Ich habe raus, diese fahrkackten Wichsfehler, ja? Ich habe Rosettenblut. Ey, da ist ein Motocross. Oder was ist das? Ah, die Schnauze. Was? Halt deine Fresse, du. Du scheißverstücktes Schwein. Du wolltest Fickfehler sagen. Ich kenne nicht so gut. Du Fickfehler hast du behindert, eigentlich. Wer schießt jetzt auf mich? Ameisen, ey. Bist du weggeballert worden? Schon wieder Ameisen. Ich auch. Wo wir gerade von Fickfehler sprechen. Ja, echt, ey. Ey, dessen Mutter, ganz ehrlich. Der kam doch hinten raus. Ich knüpfe uns jetzt immer vor zum Abschluss der Freude. Ganz ehrlich, der Ameisen, den habe ich gefressen einfach. Echt? Frisst du Ameisen? Bist du ein Ameisenbär? Yeah. Seid ihr noch im Tunnel? Der ist da oben, der ist da oben. Alter, der ist da oben. Das Problem ist einfach nur, ja, ich... Der ist da oben. Der wischt uns, aber der hat die Gefressen. Der hat natürlich Glück. Nice, wen habe ich jetzt umgebracht? Ah, Fick dich! Jetzt ballert der auf den anderen. Dieser verwichste Ameisenfeder. Nein, der erlebt noch. Ja! Lass mal ganz kurz Jagd auf den machen. Ups, lass mal bitte jetzt Jagd auf Ameisen23 machen. Heideltraut hat schon wieder Currywurst getötet. Töne, du! Ich bin gleich wieder down, weil die Kopfschmerzen hier abballern. Bin ich denn hier? Und wieso kann ich den nicht... Das ist natürlich das Problem, dass du Killer on the side bist, direkt. Oh, hier kommt ein Fahrradfahrer. Wieso kann ich den nicht markieren, eigentlich? Dein R2 mit dem Teil? Ja, okay. Wo ist denn jetzt? Hä, wo ist denn der? Der wird gar nicht mehr angezeigt. Der raus aus der Session, oder was? Oh, Shadowgun! Nee. Currywurst hat ihn gerade umgebracht. Wieder hervorheben. Ich sehe nicht mehr in der... Ach, da. Oh, oh. Alter, was geht denn hier ab? Ich höre Polizei. Hier muss irgendwo Saratown und Dennis sein. Warum, was soll das denn heißen? Oh, Shadowgun! Was machst du? Pandora ist da? Ist er einsteigend? Oh, ah ne, der will nicht einsteigen, glaube ich. Hey, Currywurst hat gerade Ameisen 23 erledigt. Sehr gut. Wir sollten auf jeden Fall Jagd auf den machen. Ich habe keine Waffen mehr, glaube ich. Ja, ich brauche auch dringend Muni. Meine Uzi hat keine Muni mehr. Ja, wir müssen mal in die Stadt fahren. Komm, oder? Wäre mal nicht schlecht, ne? Ja, braucht man eine Karre für, natürlich. Ja, wir haben einen super... ...unauffälligen Wagen. Da kommt Crea. Komm, du es, du es, du es, du es. Das war eine Wanderin. Wollen wir mal den Hedi einsteigen? Ey, hier sind wir safe. Komm, wir machen abwarten. Nimm der uns mit? Nimm uns mit. Ja, ja, warte mal hier. Warte, da gibt's Geld auf dem Boden. Alter, nimm mal mit. Ey! Meine Krankenhausrechnung ist schon hoch genug. Guck mal, jetzt sind Wanderer gebrauchen. Alter, Ameisen. Guck mal hier, die gehen wandern hier. Wo ist der? Es ist echt eine Last mit dem Typen. Das ist echt eine Last. Ich kriege echt schlechte Laune. Langsam. Warum? Ist doch witzig. Ach, zum sechsten Mal von dem Wichser getötet, Alter. Ich bring den jetzt um für dich, mitunter. Wieso kriege ich den nicht? Und wenn ich den markiere, der markiert einen Scheiß. Ja, dass wir den markieren, das ist ja nicht mehr so. Ich hab genau einen Blutfleck an meinem Arsch. Das Problem ist, ich sehe den immer nicht. Und der versteckt sich immer irgendwo hinten. Boah, was für ein krasser Abgang. Wie die kleine Schwuchtel, die er ist. Entschuldigung, das war jetzt nicht auf die Schwulen. Jetzt reizt aber langsam, Alter. Nein, ich hasse den nur. Man darf ja auch mal jemanden hassen. Das sind Emotionen pur hier. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich sehe den auch nicht. Ich suche ihn die ganze Zeit. Ja. Ja, okay. Er hat mich gefördert. Oh, er hat mich da alle erwischt. Ja, ja. Ey, komm, lass dich doch mal pennen. Und schon hast die Bullse am Arsch. Wir müssen echt mal in den Hilli einsteigen und abhauen hier. Ja, der nimmt uns nicht mit. Du hast ihn erledigt gerade. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem, hey, da steige ich gerne ein. Toll, toll. Der mit dem Hilli soll uns mal abholen. Ey, diese Online-Sessions sind so teuer vom Spielen her. Ey, man verliert so viel Kohle einfach. Ich will gar nicht wissen, wie viel noch in meinem Bankkonto ist. Ich hatte 57.000 vor Anfang. Was macht ihr denn da Schönes? Ja, Mann. Ah, ich habe ihn leider nicht erwischt, glaube ich. Boah, Alter, ich fress mein Bart. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Und der zielt nicht auf den. Der zielt einfach nicht auf den. Das kann doch nicht sein. Langsam wird das nichts. Kann jetzt nicht mit der Knarre da anfangen. Wieso kann ich nicht auf den zielen? Also ins Auto-Aim nehmen, ne? Das kann ich auch nicht. Nee, komisch, ich kann bei allen Auto-Aim nehmen, nur bei ihm nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich komme jetzt mit dem Mountainbike. Der mit dem Hilli, der müsste uns mal echt hier rausbringen. Das ist aber super merkwürdig mit dem Auto-Aim, ganz ehrlich. Ich finde das super merkwürdig. Wow. Alter, das ist mal Downhill hier. Da ist Heidel-Traut. Lass uns mal alle ineinander stellen. Vielleicht holt ihr uns mit dem Hilli hier ab. Wo? Ja, nee. Was hast du denn da? Ich bin am Biken. Bisschen Downhill-Style. Voll geil. Macht voll Spaß. Gibt's nicht. Das gibt es einfach zu verrecken nicht. Ey, sollte man im Wald einfach downhill... Hä? Wieso erschießt mich ein Bulle? Alter, wie krass. Ich hatte keinen Stern. Ich hatte keinen Stern. Der Bulle erschießt mich. Alter. Jetzt hat mich IGS Metal umgenietet. Bobi, okay. Der hat mich schon mal getötet. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Ich krieg gleich eine Fehlgeburt. Ich wollte gerade mal unmaiden. Ich glaube, bevor der Gronkh eine Fehlgeburt kriegt, machen wir mal einen kleinen Abschied hier. Für diese Episode. Genau. Und in der nächsten Folge geht's dann ab nach Los Santos zurück. Vielleicht holt uns der Hitl-Mensch ja ab hier. Wer es glaubt wird selig. Ich hab jetzt mal das Fahrrad geschnappt. Ja. Das Fahrrad an Los Santos. Ach, und da hinten ist wieder Ameisen, der sich von hinten ranschleicht und mich natürlich wieder erschießt. Nein, das ist doch ein super Abschluss der Folge. Das ist zum Kotzen, Alter. Ey, ich höre gleich auch mit dem Let's Play. Der Wichser nervt mich so ab. Doch, ey, ganz ehrlich. Der Wichser nervt mich einfach ab. Wenn der gegen mich sitzen würde, Alter, ich würde ihm so ins Gesicht treten gerade. Boah. Spiele machen nicht aggro. Alter, das ist ein Traum. Das wird die lustigste Folge. Ey, ganz ehrlich. Ich krieg doch nicht. Ich hab ihn getötet, Freunde. Ich hab ihn getötet. Das bringt doch nichts. Der ist doch gleich wieder da, wie so ein Pickel am Arsch. Bitte, ey, bitte, jemand auf YouTube, schneide diese Rache-Szenen bitte einmal zusammen. Bitte. Wer läuft denn da gerade in die Berge eigentlich? Ey, ich mach noch ein bisschen Downhill-Action, wenn ihr nicht die Folge beenden wollt. Ihr reagiert ja wieder nicht. Aber da bin ich ja der Einzige, der die Zeit im Auge hat. Boah, Hammer. Wieso hast du Currywurst erledigt, Tobi? Ich dachte, das wäre die Arme. Ich bin da gegen Cop-Auto gefahren. Ne, die Arme hat immer so eine braune Kackjacke an. Ja, das hatte er aber auch gerade. Der ist da hinten. Es tut mir leid. Dennis, ich bin nördlich von dir. Ah, ich bin tot. Da läuft jemand den Berg hoch, kommt aber nicht hoch. Ja, das bin ich gerade. Ich versuche gerade, den Typen zu errunden, aber er kommt ja nicht hin. Wo ist der denn? Jetzt lauft doch den Scheißen. Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen Downhill fahren. Ich hab schon mal den ersten Wehen. Alter, Ameisen. Das reicht mir. Wir verabschieden uns für diese Episode und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Fick dich, ey. Ach, nein. Ja. Ja, liebe Freunde, das war eine leicht gereizte Episode von Let's Play GTA Online. Trotzdem ziemlich lustig. Aber ganz ehrlich, so macht es einfach keinen Bock mehr. Es macht einfach keinen Bock. Verlieren ist die eine Sache, aber dauernd nur gekillt zu werden, den Typ nicht zu sehen, weil der einfach alle umbringen kann und dann aus dem Hinterhalt agiert, das ist einfach super ätzend. Ja, das müssen wir. Vielleicht machen wir nächstes Mal wieder eine Crew-Session. Es schenkt dir aber nichts. Wir schenkt dir eine Arme zu. Wir brauchen eine bessere Waffe. Super, aber wir können nicht alles vollquatschen. Wir verabschieden uns und sehen uns nächste Episode wieder. Boah, leck mich fett einfach. Leck mich fett. Wichser, Ilna.